Die Ampel entscheidet von heute auf morgen, über die Köpfe hinweg. Das geht nicht, damit verspielt man Vertrauen. Das Maß ist voll, übrigens nicht nur für Landwirtinnen und Landwirte, sondern für Handwerker, für Mittelständler, für den ländlichen Raum. Deswegen protestieren so viele und haben wir mehr Respekt vor der Leistung, die unsere Landwirtinnen und Landwirte jeden Tag bringen, auch heute. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!